Ein Urlaubsparadies wird zur Todesfalle. Mach die Tür auf! Mach auf! Zwei auf diesen neckischen Bildern kennen wir als Leiche. Und von der dritten wissen wir den Namen. Marcia. Hier, die junge Frau, die erkenne ich wieder. Sie hat oft diesen jungen Mann besucht. Ich habe sie im Mannshaus gesehen. Bestialische Morde. Und die Polizei ist machtlos. Wer ist das Monster von Venedig? Ich bin bestimmt kein Moralist und von mir aus kann jeder machen was er will. Aber ihre Orgie liegt mir im Magen. Und zwar weil zwei ihrer Freunde danach grausam getötet wurden. Genau wie die Note, die sie dafür bezahlt haben. Ein extravaganter Jalud. Den man nicht so schnell vergessen wird. Untertitelung im Auftrag des ZDF. Nachdem der Eingen. Untertitelung des ZDF, 2020